Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports, ich begrüße euch hier zurück bei World of Tanks und wir sitzen wieder einmal in unserer kleinen, schnellen Maschine, dem kleinen Lux Tier 4 Leichtpanzer, leichter Panzer der Deutschen. Und sind vom Matchmaking ja ganz glücklich gesegnet, weil wir haben ein Tier 5 Match erwischt und da können wir auch eigentlich ganz schick Schaden machen. Und ich frage mich gerade, warum ich den dritten Slot nicht belegt habe, bei den, ähm, na hier bei Rapkit und so ein Spaß, da muss ich dann gleich mal nachgucken, weil das ist natürlich, naja, das ist ja blöd. Gut, wir haben immer noch keine Lampe auf dem Panzer, wie beim letzten Mal auch schon, das heißt wir müssen sehr aufpassen. Okay, wir stellen uns hier mal hin, gucken mal, was wir so eventuell aufkriegen. Der T-67 hilft uns. Ja, ich mag den Lux eigentlich, ich fahr den immer mal wieder gerne so zur Abwechslung. Er ist sehr flink und die Kanone ist auch im Nahkampf eigentlich sehr brauchbar, nur was, wo ich darauf achten muss, ähm, der Turm dreht recht langsam und so verschieße ich oft im Nahkampf, weil ich einfach zu ungeduldig bin und einfach auf, grrrt, auf durchdrücken. Also die Maustasse durchdrücken und damit einfach das Magazin rausjagen, ohne dass ich richtig eingezielt bin, das ist natürlich immer etwas schlecht. So, hier ist nix. Wo sind die Gegner, Leute? Der T-1 wird beschossen. Kriegen wir hier irgendwas auf? Ich erwarte eigentlich gleich, dass es das Boom macht und wir sind weg. Dort ist ein Gegner, was schon Lux. Panzer 1C, da haben wir sogar Schuss. Hält. Ah, wir treffen nicht. T-67, ah, den hätten wir beschießen können, das müssen wir warten, bis wir nachgeladen haben. Aber der Spotting-Damage geht höchstwahrscheinlich auf uns. Das finde ich ja schon mal gut. Und dafür sind wir als Light ja auch da. Wir sind nicht da, um Schaden zu machen, sondern in erster Linie, um Gegner aufzudecken. Und, kann man hier hoch? Oh, ja. Oh, kleiner Sprung sogar. Gucken wir, dass wir hier mal noch was aufkriegen. 1C. Der D-60er. Wenn ich jetzt zurückziehe, auf die dort können wir nicht wirken. Gut. M4. Ah, hinten geht ganz schön die Post ab. Gibt's Arty? Nein, es gibt keine Arty. Und, uh, von dem sehen wir nicht wirklich viel. Da werden wir wohl höchstwahrscheinlich nicht treffen. Doch! Wir haben einen Kill gemacht. Wie geil ist das denn? Äh, unsere Aufgabe ist, dass wir, äh, die Kette des Gegners abschießen müssen. Das ist natürlich schwer, schwierig. Und dort ist ein Schirm in 3. Den haben wir auch bestimmt aufgedeckt. Genau, schießt alle drauf. Oh, der Panzer 1C ist ein Teamkiller. Oder hat, vielleicht auch aus Versehen, das weiß man immer nicht, einen Gegnerischen, äh, einen, also schon den Gegnerischen, aber für ihn aus dem eigenen Team gekillt. Ja, das ist jeden schon mal, glaub ich, passiert. Oh, da fährt ein KV-1S durch. Das ist natürlich überhaupt nicht cool. Und ein KV-1 auch noch. Ähm. Ja. Das, mit denen will ich mich eigentlich nicht anlegen. Das ist gefährlich. Ah, jetzt können wir hier vielleicht... Ah, er drückt mir halt ein, wir waren offen. Und es ist noch ein... Ah, der T-34 ist noch ein Cap. Ah, ich befürchte, das Match werden wir verlieren. Wo ist der noch? Das ist aber nicht der, der cappt. Da steht irgendwo noch ein T-34. Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer! Stehen zwei auf dem Cap. Ach, ärgerlich, dass der T-34 hier noch irgendwie auf dem Cap... Jetzt stehen drei auf dem Cap... Und wir müssen noch sieben Sekunden zum Nachladen. Ich hoffe, wir können noch mal... Oh Gott, ist der T-34. Okay, das war wichtig. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. KV-1-S. Oh oh, kommen wir hier runter? Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Schnell weg, schnell weg! Schnell weg, schnell weg! Vielleicht kommen wir ja auf den gegnerischen Cap. Ah, das Problem ist, wir müssen hier helfen. Ansonsten haben wir bald ein Problem. Was mache ich denn jetzt? Ich fahre mal zum gegnerischen Cap. Nützt ja nichts. Großwahrscheinlich sind wir jetzt auch noch... Na, nee, nicht unbedingt. Das kann sein, dass der Crusader uns nicht gesehen hat. Aber da ist halt noch ein T-67 und ein Stück 3 und noch ein T-67. Gucken wir mal, dass wir ihm helfen können. Ah, damn it. Wir sind offen. Wir sind offen und werden verfolgt. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Wir haben das Ziel verloren. Ja, und tschüss. Ich habe die Kette jetzt nicht repariert. Das bringt herzlich wenig, weil wir wären eh gestorben. Und, also wenn das der einzige Gegner auf der Seite gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch repariert, aber da war ja noch ein 2. T-67, hätte also Cap nichts gebracht. Ärgerlich, ärgerlich. Äh, auch wenn der T-67 ein gutes Match macht, aber... Aber, die werden gleich von hinten geholt vom T-34. Die beiden ignorieren das auch richtig ordentlich. Oder der T-67 ist es weg. Wollen wir noch nicht ganz? Aber jetzt, oder? Okay, der Gegner kann ich treffen. Unser T-67 ignoriert. Wir sind bewegungsunfähig. Zu spät. Und jetzt ist es noch gleich. Na, der könnte doch den Kinn noch holen. Ah, prallt ab. Ja, frontal gut angewinkelt, ist der T-34 auf seinem eigenen Tier doch schon eine ganz schöne Macht. Also, Macht. Man kriegt ihn schon unter Kontrolle, aber... Ah, schön. Aber, ja, frontal kann man da schon mal abprallen. Und jetzt wird er gleich von hinten von einer Stücke geholt, höchstwahrscheinlich, weil nur noch einer auf dem Cap steht. Die kommt jetzt bestimmt. Und wenn die beiden dann zusammenarbeiten, ist er weg. Hm? Ich weiß nicht, was der für einen Alpha-Schaden hat. Macht der über 100? Hm. Ja. Das war's. Das war jetzt auch ein bisschen mit Ansage. Aber es will Zeit machen, wenn du alleine bist. Hast du keine Chance. Wir haben einen Kill geholt. Und ich hoffe, wir haben einiges an Spotting-Damage gemacht. Wir haben bekommen zweite Klasse. Wir haben Wirkungsfeuer und wir haben Verteidiger. Ja, weil wir über 70 Verteidigungspunkte vom Gegner abgezogen haben. Also, wir waren relativ gut. Wir gucken mal die Auswertung an. Wir sind vom Schaden her mit 350 Schaden auf dem vierten Platz. Das ist die einzige, die wirklich gut war, war richtig. Die war die Stuck. Haben einen Kill geholt. Erfahrungspunkte 310. Damit auch auf dem vierten Platz. War halt verlorenes Gefecht. Wir haben 540 Schaden ermöglicht. Okay, das geht auf jeden Fall noch besser. Aber natürlich 76 Verteidigungspunkte. So, das macht mit Premium 14.500 Credits. Und für tapfer Gegenwehr und alles Mögliche noch 765 XP. Das war ein solides Match. Leider verloren. Wir versuchen jetzt ein zweites Mal und sehen uns gleich wieder im Lux. Bis gleich. Ja, da sind wir auch zurück im kleinen Lux im zweiten Gefecht. Und wie ihr seht, habe ich es wieder verpeilt, den dritten Slot mal zu überprüfen. Für die Verbrauchsmaterialien. Naja, bin halt ein kleiner Verpeiler. Wir sind hier auf Malinovka. Wieder in einem Tier 5 Gefecht. Das gefällt mir natürlich gut, weil dann laufe ich nicht Gefahr, gleich beim ersten Schuss tot zu sein, der mich trifft. Und, uh, was bist du denn? Ein Panzer 1C. Ist das ein Premium? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist ein Premium Panzer. Bin mir unsicher. Ein ganz normales Standardgefecht. Na, kommt vor. Hat man nicht so oft. Zumindest wenn man die Haken gesetzt hat, dass man auch Angriffe und Verteidigung hat. Aber ich glaube, in den Low-Tier-Bereichen gibt es ja... Also man kann den Haken, glaube ich, für die Verteidigung und Angriffsmatches etc. Und Begegnungsgefechte erst, ähm, ab einem gewissen Tier setzen. Oder bekommt erst ab einem gewissen Tier in diese Gefechte rein. Es kann natürlich sein, dass einfach der Luchs in diese Gefechte nicht kommt. Obwohl doch, er erlebt ja auch 6er und 7er Matches. Aber egal. Soviel des Guten. Wir stellen uns hier mal in den Busch. Lassen unser Scherenfernrohr mal wirken. Und sehen mal, was wir vielleicht so hier aufbekommen. Fies ist halt, dass wir immer noch keinen sechsten Sinn haben. Ich fahre den Luchs halt einfach viel zu selten, als dass ich da mal effektiv XP farme. Ich glaube, morgen am Wochenende gibt es wieder so, ähm, Dreifach-Mannschaftserfahrung. Eigentlich müsste ich ihn dann einfach mal so einen Tag durchfahren, weil... So viele XP fehlen mir da, glaube ich, nicht mehr. Aber wie gesagt, ich fahre halt dann auch nicht so oft, dass es irgendwie lohnen würde, da jetzt irgendwie groß da was noch zu erforschen. Zumal ich ja auch schon den Nachfolgepanzer in der Garage habe. Und ich würde halt einfach nur die Mannschaft jetzt auf dem Luchs noch so lange trimmen, bis da der sechste Sinn da ist. Und dann würde ich, glaube ich, den Nachfolgepanzer, ähm, dann hauptsächlich fahren. Obwohl ja der Luchs schon Spaß macht. Oh, was bist du denn? Oh, er brennt. Sehr gut. Ja, keine Art hier. Dort ist ein M3 Lee, den wir sogar beschießen können. Aber nicht treffen. Wir haben keinen einzigen Schuss getroffen. Oh mein Gott. Dann fahren wir mal vor und gucken, dass wir den Panzer 3... Uh, der macht uns noch jetzt bestimmt auf. Wo fährt denn der lang? Ah, nein. Gleich ist er weg. Mist. Jetzt steht er blöd für uns. Weil jetzt können wir nicht mehr drauf wirken. Dort ist der Panzer 4 wieder. Oh, jetzt fährt er wieder zurück. Dreht in aller Ruhe. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Der ging nicht durch. Mist. Ähm, really, really, Mist. Wir haben halt ein totales Camper-Team erwischt. Die stehen alle hinten und, ähm, ziehen sich irgendwas lang. Und der Hetzer dort ist... Oh Gott. Äh, ist auch gleich tot. Wir könnten jetzt natürlich nachladen und versuchen, den Panzer 4... Äh, ja, 4D zu kriegen. Allerdings, so wie sie... Wie wenig Gegner gerade zu sehen ist, ist höchstwahrscheinlich das gleiche im Gegner-Team los, dass sie auch alle hinten irgendwo rumcampen und nur warten, dass... Irgendwas passiert. Ich lade jetzt mal nach. Der, äh, M3 ist eh... Nicht für uns wirk... Äh... So, dass wir auf ihn wirken können. Er fährt zwar jetzt zurück, aber auf die Entfernung kann man einfach mit der Kanone nicht arbeiten. Und... Da ist der Panzer 4C. Das ist doch mal schön. Ach, jetzt sind wir auch... Ist wahrscheinlich offen gewesen. Der M3 Lee fährt... Außenrum. Und ich versuche mal hier zu gucken, was wir eventuell aufbekommen. Oh mein Gott. Wo sind die denn alle? Ich befürchte wirklich, dass die... Oh, dort ist jemand. Wirkungstreffer! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, nice. Ich wusste gar nicht, dass der Blux so viel Schaden macht. Fast 300 Schaden mit einem Magazin. Das ist ja natürlich wirklich geil. Oh, ist der... Ne, er kann nicht. Aber er ist gleich... Unser Hetzer ist gleich weg. Das ist natürlich blöd. Wo, wer schießt denn da? Nein, er hat... Der Hetzer hat es geschafft, den M3 zu holen. Nicht schlecht. Okay, wir stellen uns jetzt mal hier hin. Mal gucken, was wir hier aufkriegen. Jetzt rückt unser Team... Mal nach. Das finde ich ja schon mal gut. Ja, ich gehe ja schon spotten. Meine Güte. Leute. Ungeduldig ist etwas. Erst stehen sie nur hinten rum... Und dann fahren sie mal 3 Meter vor... Und dann wird man gleich... Gooseboot, Gooseboot. Jaja, mache ich ja. Ich gehe ja spotten. Wo sind die Gegner? Das gibt es doch gar nicht. Hier muss doch mal so langsam was aufgehen. Ey! Du Idiot. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Kölzer. Okay, M8A1. Muss man uns merken. Dass wir den reporten. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. So, Mathilda. Where are you? Wo sind die Mathilda? Du musst doch irgendwo hier sein. Ich meine, ich stehe voll im Spotting-Radius. Hä? Da ist er. Wir haben sogar noch Schaden gemacht. Nice. Finde ich gut. Gefällt mir. Kollege. Ich fahre spotten, wenn ich es für richtig erachte, ja? Puter Rot. Und mir hier erzählen, was ich machen soll, ja? Drops-Koffer. So. Jetzt schießt er mal drauf. Ist ja nicht so, dass ich nichts machen würde hier, ne? Nochmal nachladen und währenddessen außenrum fahren. Es wäre ja auch mal schön, wenn der Wolverine und die Mathilda noch irgendwie rumdrücken würden. Und ich befürchte eigentlich gleich, dass wir hier drauf gehen. Ich sehe sie nicht mehr. Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette beschädigt. So. Ich sehe sie nicht mehr. Gut. Damit ist die Sache erledigt. Der M8 ging mir ein bisschen auf den Keks. Aber eigentlich haben wir doch uns ganz gut geschlagen. Gucken wir mal, was die Auswertung sagt. Zwei Kills haben wir gemacht. Yeah. So. Gefällt mir das. Wir haben bekommen. Erste Klasse. Wirkungsfeuer. Und Schläger. Also die Standardauszeichnungen. Wir sind vom Schaden her auf dem zweiten Platz. Unser Nervkollege, der jetzt gerade mal unfaire Spielweise bekommt. Hat 405 Schaden gemacht mit einem Kill. Bei den Erfahrungspunkten sind wir auch auf dem zweiten Platz. Sehr, sehr schön. Die Nervkanone ist... Wo ist er denn? Ja, hier. Also er war nicht ganz so schlecht, aber er hat einfach genervt. wir haben auch noch 850 Spotting Damage gemacht, sehr sehr schön auf dem Tier ist das auf jeden Fall akzeptabel haben insgesamt, wow, also für Tier 4 24.400 Credits plus gemacht mit Premium und mit Tagessieg und allen drum und dran haben wir 2316 Credits bekommen, ihr seht ich habe immer noch 10% bis zur Lampe und, naja, wie ist denn das kann ich mir ja mal anzeigen lassen bei dem Modpack das wären also noch 72.000 Erfahrungspunkte mit 191 Gefechte im Schnitt, ey ja, das mache ich natürlich nicht an einem Wochenende das dauert ein bisschen länger gut, ich glaube das ist eher was für die Zukunft jetzt gucken wir mal hier mal nach tatsächlich, hier ist was frei dann würde ich doch mal sagen, packen wir hier eine große Ersatzteilkiste rein davon habe ich noch einige auf Lager, am Wochenende gibt es ja auch wieder günstiger, da kann man wieder mal nachkaufen so und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat lasst mir sehr gerne Daumen nach oben da schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem kleinen Look so haltet vielleicht auch mal Tipps, wie man für den Leopard VK-16, den habe ich ja auch schon aber noch sehr wenige Matches und die waren eher so ich glaube ich muss noch viel üben schreibt es mal rein und ansonsten sehen wir uns zu einem der nächsten Gefecht hier wieder, macht's gut, ciao, euer Oher but dich gut und Untertitelung des ZDF, 2020